Also das ist, prinzipiell ist ja alles parallel gleichzeitig da. Und es gibt keine Lebensvariante, die nicht existiert. Sondern alles existiert parallel gleichzeitig. Jede Wirklichkeit. Entschuldigung, Entschuldigung kurz. Entschuldigung, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. Ja. Und jetzt? Schau mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch gerade ein Schiff. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Polizei! Ich will die Hände sehen! Auf den Boden, auf den Boden! Runter auf den Boden! Polizei! Geh runter! Die Beine nach oben! Stopp beim Boden! Den Hund wegziehen! Den Hund wegziehen! Zwei Personen hier! Aber wo liegen bleiben? Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Nowak. Sonst irgendwelche Messe am Hafen irgendwas einstecken. Das ist jetzt ein Blöken, das ist es so schwer! Komm wieder raus! Wohiniger Boden! Kannst du hier übernehmen, Ciron? Eine Person sichern. Okay, wie sind Ihre Namen? Robert Stieger. Ich heiße Andreas Noack. Wie bitte? Ich bin Andreas Noack. Okay. Okay, unten da, warte. Aber nur... Ich bin Andreas Noack. Okay, unten da. Ich bin Andreas Noack. Geht. Vielen Dank. Vielen Dank.